jetzt geht es los in den Urlaub. Wir sind noch nach Fulda gefahren, da waren wir dienstlich und wir starten in Fulda. Im Schnee. Wir wollen ja nach Mallorca, aber es schneit. Im Auto über Nacht, das wird spannend. Du warst noch im Theater und ein bisschen durch die Altstadt sind wir gestern und jetzt starten wir. Auto ist bereit. Wir sind bereit, wenn du es auch bist. Jetzt sind wir in St. Ingbert, Partnerstadt von Radewoll und wollen uns die ein wenig anschauen, die stattfindet. Eine Gemeinschaft mit Radewoll haben wir schon gefunden. Wir haben beides solcher Rotenkirchen. Ich glaube, die könnten ja ein bisschen mal ernste Oper gebrauchen. Da sollen sie doch mal die Landesbühnen einladen. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020